Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Feat the Beast Light. Es kann sein, dass diese Folge etwas verbuggt wird oder gar nicht hochkommt. Das liegt daran, dass ich dies hier jetzt versuche, nebenbei mit dem Internet zu gucken wegen Researchen. Das bedeutet, ich mache jetzt einen kurzen Cut und wenn diese Folge nicht funktioniert hat, werdet ihr nur das hier sehen. Bis dahin bleibt Crazy und wir sehen uns in wenigen Sekunden, sonst kommt die nächste Folge. Bis dann, tschau. Ach, falsche Taste gedrückt. So, dann kann es ja jetzt losgehen. Wir gehen einfach zum Magiestand und hoffen, dass es funktioniert. Damit es funktioniert. Sonst muss ich das demnächst mit Phil so machen. Oder David hilft mir. Ohja. Das ist natürlich schon ein bisschen weg, da was mich da auch gar nicht gibt. Hm? Ne, ich hab da total den Ohrwurm. Achso. Können wir bevor wir Magie machen, ihm schlafen gehen, David? Das kann aber gar nicht sein. Jungenweil, stört tief. Danke. Danke. Das brauche ich und den brauche ich. Alles auf dem Wachstum kann. Alles auf dem Wachstum kann. Man braucht mir ganz viel gestopft. Ich bin schon. so ich brauche allo mentum suchen allo mentum dafür ex die kineswurst potente ok potente die durchgemacht übelst durchgesucht gut ignes und potenzial ist kohle auch scharkol ja auch scharkol gut dann mach ich eben scharkol ich hab grad nichts mehr so ich muss aber immer daran denken noch hinten kohle rein zu tun so guck ich in meinen vieze biest blog habe ich irgendwas was ich noch brauchen nee kann ich mir nur neue seite zum übersetzen schon mal reinhauen was meinst du was meinst du ja ich hab hier so einen kleinen notiz blog und da schreibe ich mal auf wenn ich so in gedanken bin zu hause wenn mir was einfällt wie jetzt zum beispiel mit der query dann guck ich was ich brauche ich habe schon mal gewappnet für den verein mirai nikki ist im real life was ist das das habe ich mir immer noch nicht geguckt nein ich bin gerade bei arno dingens dann nach dabei ist highschool dxd noch und danach kommt erst c3 und dann kommt mit mirai nikki mirai nikki sorry mirai nikki würde ich dir empfehlen schnell zu gucken der sieht mir verdammt gut ok oh noch mehr kohle was du zum beispiel wenn du da alles und siehst du ne schon mal gewappnet ob es ein zukunftstag zu kommen ja so den baum fälle ich jetzt zu ende und danach hole ich mir eben neu boah ich darf morgen nicht schlafen und morgen abend nehme ich wieder mit phil auf das heißt morgen abend bin ich voll müde ach heute abend scheiße obwohl ist morgen freitag ist morgen freitag oder was ist morgen für ein tag morgen ist Donnerstag ah ok freitag muss ich mein zimmer aufholen die wissen ja wo ich den Block schon abbauen will dass ich traue ne scheiß ich brauche Holz so dann kann ich nochmal Potenzia machen und Alumentum was nützen eigentlich die dinger die explodieren nur ne Alumentum Alumentum ja sind so kleine explosionsteile ne hast du schon diesen gold nugget ähm researched gold nugget ist basic transportation ah ok ah ok hey gold nugget muss es doch das allererste sein ne ich hatte als allererste nito nito kann man auch anfangen lol du kannst mit allem anfangen Wusste ich nicht karos metallen permulation permulation war ähm seeds waren permulation ne erstmal nehm ich metall um ani saum germ also warum wird metallo okay metallum es ist nicht was ich suche «Wenn der metall um steht bei ah perspectivearte bei der seite und man kann uns ausgebläht ausgebleicht dann hast du was anderes festgelegt schon okay dann nehme ich jetzt was anderes dann nehme ich mal jetzt kommt weißt du was ganz links entweder dieses runde ist oder das andere darüber sonst muss ich es übersetzen wenn du bei ni tor bist dann gehst du ein links dann und dann noch ein links was so bringt dieses runde wo diese diese uhr oder warte mal das wusste ich mal t h saumeter oder so war das ja 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 genau 2 meter da ist es doch ich weiß gar nicht ich zeige dir immer den nächsten punkt zur nächsten flachstelle an was nützt flachs ich brauche ein wisps da brauche ich maschiner kognito was book papier papier kognito gut was machst du sag mir vorher bitte was du brauchst weil manchmal das ist auch nicht was ich suche so meter man kann es ja nur noch das hier sein das über dem saumeter weißt du was das ist enchanten irgendwas mit den schaden vielleicht jahre jahre brygge okay entschaltet fabrik was brauche ich dafür panos fabrikow was ist panos string strings habe ich doch irgendwo ganz viele da es ist auch nicht es ist oder kann es sein weil ich vorher kohle einmal drin hatte und da weiter gesucht habe dass ich wieder kohle brauche ich gucke jetzt einfach welchen browser benutzt google chrome du so ich muss mal ganz kurz nach da hinten ist mir sicherer wenn ich die erste kiste jetzt mal abtrennen und nachher dann weitermache so das lass ich jetzt zwei folgen mal ne die vier folgen so danach kann ich so umsortieren aber was brauche ich denn jetzt was hast du gesagt ja das ist es auch nicht ich weiß nicht was ich brauche ich habe jetzt alles durchgeguckt schaumt schon gleich mal nein Nein. Oh Mann. Hast du ein bisschen Amber für mich? Was ist das? Ein kleiner Pistole. Ach, Emerald. Amber. Ach, Amber. Muss gucken, warte. Ja, hab ich. Komm hoch zu mir in meine... Ignis brauche ich. Aber wofür? Angst. Bitte. Gunpowder? Lol, Gunpowder? Wo ist das denn zum Suchen? Gibt's doch gar nicht. Ach ja, das ist so ein verstecktes, ne? Ja. Gunpowder. Ich verstehe noch nicht mehr, was das bringt. Fraktus. Was ist Fraktus? Nein, ich glaube nicht mehr. Ähm... Fraktus ist... Ah, das, was auf Cobblestone ist. Okay. Ähm, nix klar. So, mein Gott. Alter. Wo ist nochmal Permuzio drauf? Da, auf den Schaden. Was zur Hölle soll das sein? Ich brauche Seeds, aber da... Können wir kurz schlafen gehen? Ja, doch. Danke. Permuzio ist auf Dingens. Das weiß ich, aber auf was anderes weiß ich nicht. Also brauche ich jetzt hier Seeds. Das Problem bei mir ist, ich arbeite irgendwie nie richtig an einer Sache. Ich arbeite gerade in den Jahrzehnten gleichzeitig. Ich weiß auch nicht. Ich arbeite immer an so Sachen, die ich gleichzeitig machen kann. Wie zum Beispiel hinten die... Oh. So, das war's mit der Folge. Wir sehen uns das nächste Mal. Und bis dahin. Bleibt crazy. Tschüssen. Und wirklich bis dahin. Und dann...